hallo und herzlich willkommen bei einem neuen video wir sind heute wieder im ls 19 unterwegs beim live verfahren projekt und ja heute gibt es einige neuigkeiten zum ls 22 ja wir werden heute im ls 19 die ballen wieder einsammeln und ja mal schauen was wir mit denen machen weil ich weiß nicht wo die anderen sind die sind irgendwie verschwunden keine ahnung wo die hin sind auf jeden fall werden wir jetzt die wieder hinstellen und jetzt kommen wir zu den ls 22 und zwar ich kann selber fast gar nicht glauben wird im ls 22 wird cosplay geben ja das heißt es können alle plattformen miteinander spielen ich habe neben mir einen kleinen spicker und zwar es können beim ls 22 cosplay auf pc mac playstation 5 xbox 3 xx und es playstation 4 xbox wurden und stadia können miteinander spielen die plattformen wo ich jetzt vergesen ab die können alle miteinander spielen jetzt werte euch natürlich fragen auf konsolen gegen doch immer zurzeit jetzt nur also da kommt nicht 16 mitspielen sondern bloß 6 oder 8 das ist auch ganz einfach gelöst und zwar können wenn ein pc spieler den das spiel kostet können 16 leute drauf und wenn der hoste der host eine konsole also wenn der hoste eine konsole hat und der das hostet können nur sechs leute drauf und wenn man sich einen server mietet zb bei nitrado oder den anderen dann können 16 leute auch drauf also das ist dann praktisch wie pc da können dann 16 leute darauf und es können konsolenspieler jetzt auch einen server hosten bei nitrado genau können mieten und dann halt posten den server finde ich auch mega geil ja genau man kann auch crossplay deaktivieren also das heißt wahrscheinlich bei der suche nehme ich jetzt mal an dass man nicht alle server findet wo irgendwas wo gerade online sind sondern nur dass man zum beispiel pc leute findet wenn man selber am pc spielt oder die ps4 nur ps4 oder ps5 spieler findet und so weiter denke ich mal das ist gemeint das halt einfach wenn halt wer kein bock auf crossplay hat dass er da nicht auf einem falschen server sozusagen genau ja das spiel speichern geht wisst wie bisher also derjenige wurde es aufgemacht hat der kann es auch dann wieder speichern ganz normal genau und mods und dlcs ist auch noch ganz wichtig man muss die gleichen mods und dlcs haben das heißt wahrscheinlich wenn man mit ps4 oder halt mit konsolen allgemein zusammen spielen will wird man die weniger mods äh drauf tun ähm weil sonst können die ja auch nicht mitspielen weil die ja weil dann ja die mods fehlen äh das ist so äh konsolenspieler können außerdem nur dann einen server beitreten wenn die dort installierten mods auch im offiziellen modhub sind also das heißt pc spieler können sich auch von überall die mods downloaden aber die mods müssen wenn man mit ps4 oder mit mit konsolen spielen will dann muss das vom modhub sein vom offiziellen also vor allem den in game ist praktisch bei pc ist ja in game bei bei die konsolen ja auch äh ansonsten geht es leider nicht wobei finde ich jetzt auch nicht so schlimm ich finde es ja schon mal cool dass überhaupt die ganze plattformen miteinander spielen können ähm das heißt ich werde dann auch im stream zu machen wo wir zum beispiel alle miteinander miles häckseln dann kann wirklich jeder mitspielen dann heißt es nicht mehr ähm weil ich am pc spiel ähm kann ich mitspielen weil ich auf ps4 oder so spiel wie es ja zurzeit eben alles 19 ist dann heißt ja natürlich kannst mitspielen ist ja egal welche plattform ich find's geil 16 leute können dann auch drauf wenn ich das äh den spielstand sozusagen sozusagen aufmacht ich weiß auch noch nicht ob ich mir einen ähm server holen werde für eben solche aktionen jetzt dann ähm mit einem server läuft es halt alles bisserl ähm wie soll ich sagen bisschen besser von der performance und so weiter muss man sowieso erst mal schauen wie es von der performance hinhaut ich denke mal für pc wird es kein problem sein aber die konsolen weiß ich nicht ob die da mitkommen ähm genau das sind jetzt so die äh neuigkeiten finde ich auf jeden fall mega dass das jetzt rein kommt einfach geil ähm genau und noch was ich habe mir den ls 22 auch geholt ich blende euch jetzt auch mal einen clip ein ähm ja da habe ich mir den ls 22 geholt die äh dvon edition da habe ich das glas äh pack mit dabei und noch ein pack dabei ähm oder ich glaube bloß das glas pack auf jeden fall seht ihr jetzt gerade das video habe ich mir jetzt gestern ne vorgestern geholt und äh die neuigkeit ist gestern rausgekommen dass man eben dass alle plattformen miteinander spielen können genau ähm ja jetzt habt ihr das auch gesehen ähm genau was ich heute im video eigentlich machen wollte wir sind ja jetzt eigentlich nur rumgesprungen praktisch ähm ich wollte jetzt eigentlich da mal bissl aufräumen weil ich ich ähm weiß selber nicht was jetzt zurzeit ansteht muss ich jetzt erstmal schauen äh wir räumen jetzt erstmal das noch auf so dann einmal aufräumen ähm und ja wo die ballen hin sind die anderen weiß ich leider nicht keine ahnung sind wahrscheinlich weg ähm aber ist egal sag ich jetzt mal so wir stellen den hänger da wieder hin ja wie gesagt wir räumen jetzt ein bisschen nur noch auf und dann das war es auch schon wieder weil ich selber zurzeit keinen plan habe was wir jetzt noch machen und jetzt ist so ein punkt jetzt freue ich mich richtig auf den ls 22 ähm wenn alle plattformen miteinander spielen können ihr könnt auch gerne mal in die kommentare schreiben wie ihr das findet dass alle plattformen miteinander spielen können ich finde es auch mega ähm genau und ja wenn euch die videos gefallen könnt ihr auch gerne ab und like da lassen glocke aktiviert um nichts mehr zu verpassen ja es kommt jeden montag und freitag ein ls 19 video dann wenn der ls 22 draußen ist natürlich ls 22 video und ja am mittwoch und ganz am samstag kommen die bei ls 2 video auch um 16 uhr also die videos kommen um 16 uhr und am samstag bin ich dann auch noch immer live ab 20 uhr ja kommt darauf an mit welchem game ets ls oder 5m kommt immer drauf an auf was ich gerade bock habe genau die ballen können wir eigentlich da drinnen lassen hätte ich gesagt haben ja so nur noch drei ballen und die stellen wir jetzt da hinten hin ja die stellen wir da hin an warte kurz schauen wir noch was anderes und zwar ne gras ist es im wachstum das ist erntereif wert ist nee das ist das gras abgeerntet ok die anderen sind im wachstum das passt schon mal ich werde jetzt dann zeit noch mal ein bisschen vorstehen spüren lassen können wir jetzt schon mal ein bisschen schneller drehen zeit genau dass wir im nächsten video eventuell dann dreschen können muss ich mal schauen wir brauchen ja erst noch einen drescher das wird auch nichts mit dem geld hier so dann stellen wir den wieder so schön hin den hänger bleiben heute wollen jetzt rum ich weiß selber nicht wo wir die wir dabei hin tun verkaufen drei wollen ich weiß erst mal nicht wo man die verkauft jetzt hat und zweitens stören jetzt drei wollen auch nicht so genau wir könnten aber jetzt trotzdem was machen und könnten uns jetzt von der bank geld leihen ich weiß gar nicht wie oft ich mir noch was leihen kann dann schauen wir einfach mal schnell das ist hier 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 line ich drücke einfach mal ein paar mal drauf weil wir brauchen schon ein bisschen geld für einen drescher aber wir kaufen uns jetzt noch keinen drescher oha wir können ja noch viel nein hatte so viel brauchen wir jetzt nicht ich sage mal so viel könnte für einen drescher reichen wir schauen erst mal weil kaufen zu mir und wobei kaufen könnten wir uns auch einen so einen kleinen ja den nicht schon dir der kennt ja geht schon dir der wird ja was hatten wir für ein schneitwerk weil das schneitwerk ist immer ziemlich wichtig ja das ist der falsche schneitwerk wir machen schneitwerk ich sage auch noch schneitwerk und dann schaue ich trotzdem ins fall schon dir hätte so ein großes hat schon schon ja da noch ein kleines wobei ja klaus wie viel kostet ein klaus drescher vom dlc und schneitwerk hat der das kleine aber sind ja ich glaube den kaufen wir uns direkt vergessen ist wir schon mal nicht farbe passt okay kaufen einmal und dann einmal den schneitwerk noch ich weiß nicht passen wir durch die straße damit oder wir brauchen einen wissen dass jetzt schneitwerk hänger ist ja nicht da ganz doch den ganz klein ich glaube der ist sogar für das den kaufen wir uns auch noch und dann hätte gesagt springen wir einmal schnell zum händler kurz die zeit noch mal runter da haben wir das zeug aber ich hätte gesagt das werden wir im nächsten video dann hoch bringen zum hof genau dann will ich auch schon wieder sagen was mit diesem video wir sehen uns dann am samstag also morgen um 16 uhr im nächsten video wieder das ist dann ein test 2 video oder morgen ab dann im stream um 20 uhr was ich drüben werde weiß ich noch nicht aber auf jeden fall werde ich sein dann würde ich sagen bis dahin dann ciao